Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mein Sorgenkind, dieser Honda TN2. Hinten links, das Rad wird übelst heiß und zwar vor drei Wochen, ja, wollte ich mit meinem Bruder nach Kroatien fahren mit diesem Fahrzeug. Ja, und zum Glück nach der ersten Rast nach 80 Kilometern musste einer auf Toilette. Haben mich gemerkt, dass das linke Rad ziemlich Hitze entwickelt und Wärme entwickelt. Und ja, ich vermute mal, dass irgendwie die Bremse fest ist, der Sattel fest ist, vielleicht auch die Trommelbremse drin fest ist, denn ja, das Fahrzeug hat hier für die Handbremse eine Trommelbremse. Auf jeden Fall quietscht das Teil auch mächtig mittlerweile und man hört ein richtiges Schleif- und Wummergeräusch im Fahrzeug, wenn man fährt. Deshalb, ja, Wagenheber steht schon bereit. Ich werde das Auto jetzt erstmal heben und dann verschaffe ich mir mal ein Bild, was denn da das Problem ist. Also, auf geht's. Das Auto habe ich jetzt hochgehoben und ja, ich prüfe jetzt erstmal den Freilauf von dem Reifen, indem ich den Reifen einfach mal anstupse und schaue, wie oft sich das Rad dreht. Schaut mal her. Nehme ich fast gar nicht, man hört es schon am Quietschgeräusch. Die Bremse ist hier fest, rückwärts. Also, das Geräusch ist echt geil. Könnte ich den ganzen Tag so machen. Für mich ein eindeutiges Indiz dafür, dass ja entweder in den schwimmenden Teilen des Bremssattels, der dann nicht locker lässt, oder der Bremskolben an sich fest ist. Warum? Vielleicht innen drin Feuchtigkeit reingekommen, die Manschette kaputt, Rost gefangen und er lässt einfach nicht mehr nach und dadurch ist ja die Bremse immer so leicht in Spannung. Das heißt, wie wenn man ganz leicht immer auf der Bremse wäre. Natürlich, wenn das die ganze Zeit reibt, kann man sich vorstellen, nach ein paar Kilometern entwickelt das Ding eine Hitze ohne Ende. Okay, wir schmeißen jetzt das Rad runter und schauen uns den Sattel mal an und werden den Bremssattel mal runternehmen. Reifen ist jetzt unten. Ich drehe hier mal an der Scheibe. Man hört eindeutig, dass es schleift. Und hier müsste jetzt, wenn man den Sattel hier so, ich gehe mal weiter raus, dass man sieht, wo ich hier mit der Hand bin. Wenn man den Sattel jetzt hier so nimmt und hin und her bewegt, muss der schön freigängig sein. Tut der aber nicht. Auch wenn ich den hier so ein bisschen gegen den Kolben drücke und versuche es frei zu machen, wird es minimal freier, weil wir hören immer noch dieses Schleifgeräusch. Dieses Radlager ist in Ordnung. Habe ich vorhin kontrolliert, indem ich das Rad hin und her bewegt habe. Aber hier ist es definitiv... So, jetzt seht ihr es. Jetzt bewegt er sich. Jetzt hat der Kolben locker gelassen. Jetzt haben wir nur noch ein ganz normales, leichtes Schleifgeräusch. Aber sobald ich die Bremse jetzt wieder treten würde, fahren würde, der Kolben wieder in diese Ausgangsposition geht, wo er drückt und dann in die Ausgangsposition gehen soll, wo er loslässt, würde er nicht mehr zurückgehen, sondern wieder schleifen. Ich nehme jetzt mal den Sattel runter und gucke mir mal den Kolben an. Die zwei Schrauben habe ich jetzt gelöst. Jetzt kann ich den Sattel hier runternehmen. So, die Spange habe ich auch schon vorhin rausgenommen. Die war da eigentlich drin. Die braucht man nicht. Jetzt prüfe ich mal, ob ich hier den Kolben mit den Fingern hier reindrücken kann. Der lässt sich keinen Millimeter bewegen. Ich werde das einmal mit einer Schraubzwinge noch probieren. Den lege ich mir jetzt erstmal hier beiseite. Jetzt hole ich mal die Belege raus und gucke mir die Belege an. Sehe ich hier allein anhand dieses Belags hier schon, dass der eigentlich schon fast an der Verschleißgrenze ist. Und ich weiß, dass die Belege gerade mal 7.000 oder 8.000 Kilometer drin sind. Denn die habe ich erst vor kurzem neu gemacht. Das ist der äußere Belag. Jetzt schauen wir uns den Inneren an. Jawohl, der Innere sieht nicht besser aus. Hier dieses Metallblättchen, dass die Verschleißgrenze erreicht. Das heißt, der Kolben ist nach dem Bremsen nicht in seine Ausgangsposition gegangen, sondern ist immer auf der Bremsposition verharrt und hat immer Druck auf die Bremse ausgeübt. Und es hat sich hier irgendwann mal komplett weggeschliffen. Deshalb sind die Belege jetzt fertig. Die Scheiben werden noch gut sein. Ja, und jetzt nehme ich mal einen kleinen Schraubenzieher und schaue mir mal innen drin hier. Ich werde die Banschette ein bisschen zur Seite schieben und schaue mir das innen drin mal an. Ich vermute mal, dass da Süft drin ist, Rost oder weiß ich was, und dass der irgendwie fest ist. Jetzt kann man, wenn man das Ganze hier zerlegt hat, gehen wir ein bisschen raus mit der Kamera, kann man auch noch mal gucken, ob die Handbremse fest ist. Ja, ganz normal, ein ganz normales Reitgeräusch von der Handbremse. Ein bisschen zu straff vielleicht angezogen, dass der Bordenzug ein bisschen zu straff ist. Ja, also das Rad ist freigängig, das ist überhaupt kein Problem. Also Handbremse ist es nicht. So, jetzt stelle ich den Kolben hier zurück, mithilfe dieser Schraubzwinge. Kolbenrückstellset habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. So, jetzt ist der Kolben komplett drin. Jetzt werden wir mal schauen, wenn man auf die Bremse dreht, ob er auch sauber wieder rauskommt oder ob er hängt. So, dann dreht mal auf die Bremse. Leicht. Dreht. Jawohl, und dreht. Schon hart. Ja, ist egal, und dreht. Und weiter, und weiter, und weiter, und weiter, noch ein bisschen. Und noch, stopp. Jawohl. Jetzt kommt jetzt durch. So, und ja, wie ich es vermutet habe, sehen wir innen drin komplett diese rostige Kante. Da hat es gerostet und da, ja, war der Kolben im Prinzip fest an der Stelle und ist nicht mehr zurückgegangen. Dadurch, dass ich den jetzt mit der Schraubzwinge reingedrückt habe und wieder rausgedrückt habe, habe ich ihn ein bisschen freigekriegt, weil so fest saß er dann nun wieder auch nicht. Und bei meinem BMW-Video, was ihr hier auf YouTube sehen könnt, da war es wirklich so, da war der Kolben so fest verrostet und, ja, so gammlig. Da war keine Rettung mehr da, da musste ich einen neuen Kolben reinsetzen. Ja, meine lieben Zuschauer, Problem an dem Bremssattel folgendes. Man sieht es hier, da ist diese rostige Kante und das ist genau die Höhe, ich versuche es euch mal mit dem Schraubenzieher zu zeigen, wo zwischen dieser Dichtung hier, das ist im Prinzip die Dichtung, die den Kolben hier abdichtet nach außen hin, wo die Bremsflüssigkeit sich innen drin in diesem Zylinder befindet. Und hier in dieser Nut sitzt diese, gehen wir weiter raus, dass man das sieht, sitzt diese Manschette. Und genau dazwischen, danke, viel Spaß. Und genau dazwischen befindet sich hier dieses Stück Stahl, weil in dieser Nut hier nämlich, wie gesagt, die Manschette sitzt. Und hier das Teil wird immer wieder rosten, weil hier sich Feuchtigkeit ansammelt. Den Rost bekommt man hier auch nicht ganz weg. Und ja, das ist eine dauerhafte Problemstelle. Das da so sauber zu kriegen, dazu müsste man den Sattel runternehmen, komplett strahlen lassen, Sand strahlen lassen oder mit Trockeneis richtig zu entrosten, dass da wirklich kein Rost mehr drauf ist. Neuen Dichtungssatz rein. Ich habe das damals bei dem Fahrzeug hier komplett alles so gut, wie es ging, sauber gemacht mit so einem Stahlkranz. Aber wie man sieht, es hat jetzt ein Jahr gehalten und ja, es rostet einfach innen drin wieder, obwohl ich da ohne Ende Bremszylinderpaste reingehauen habe. Und ja, einfach schade. So Leute, den Kolben hatte ich draußen gehabt, wie ihr gesehen gehabt habt, die Manschette auch. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen sauber gemacht. Heute ist Samstag, ich kann hier keine neuen Teile mehr bestellen und kein gar nichts. Deshalb habe ich das Ganze jetzt wieder zusammengebaut. Ich habe hier jetzt auch keine Bremszylinderpaste zu montieren, also habe ich hier ganz normales Schraubenfett genommen, um das Ding da wieder reinzusetzen, damit man mit dem Auto wenigstens die paar, ja, 20 Kilometer an die Arbeit fahren kann. Teile werde ich bestellen. Ich werde wahrscheinlich keinen neuen Manschettensatz bestellen mit einem neuen Kolben und so weiter und so fort, weil wie gesagt, ihr habt gesehen, zwischen dieser inneren Dichtung und dieser Staubmanschette ist eine Metallkante, die ist extrem verrostet. Und ich garantiere, dass diese, wenn sie Feuchtigkeit zieht, wieder, ja, eine Rostverbindung geben wird zu dem neuen Bremskolben, den, wenn ich einen reinmachen würde, deshalb werde ich komplett diesen Sattel einmal neu bestellen. Im Austausch kostet 40, 50, 60 Euro oder sowas und dann sollte die Sache gegessen sein und dann habe ich wenigstens Ruhe damit. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal, lasst die Glocke klingeln, damit ihr keines meiner Videos verpasst und ja, sollte das Video für euch hilfreich gewesen sein, ihr euch einen Haufen Kohle gespart haben, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine kleine Spende. Alles weitere dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Chris von BrainX. Ciao! Ganz wichtig, wenn ihr an den Bremsen rumhantiert, Bremskolben rausnehmt und solche Geschichten, die Bremse muss danach immer entlüftet werden, bevor ihr in den Straßenverkehr reinfahrt. Die Bremse ist ein Sicherheitsteil, die muss einwandfrei funktionieren, also macht mir da kein Schabernack. Ich sage es an dieser Stelle nochmal, ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche, ja, möchte gerne Schrauber, die zu Hause meinen, sie können alle selber machen und haben zwei linke Hände und kein Verstand in der Rübe, jetzt nicht böse gemeint, aber es gibt wirklich solche Spezialisten. Also wenn ihr da gar keine Ahnung von habt, lasst die Finger davon, weil ich übernehme keine Haftung dafür, ich zeige euch nur, wie ich das an meinen Fahrzeugen mache. Und wie gesagt, hier seht ihr schon mal, da ist der Entnüftungsnüppel. Hier habe ich schon mal einen Schraubenschlüssel angesetzt und ich werde die Bremse jetzt von Hand, sprich manuell entlüften, das heißt, einer geht in die Fahrgastzelle, tritt das Bremspedal, in dem Moment drehe ich hier auf, die Flüssigkeit entweicht, ist das Bremspedal bis zum Anschlag durchgetreten, mache ich hier zu, damit hier rückzugs keine Luft mehr reingezogen werden kann, wenn das Pedal losgelassen wird. Und erst wenn hier zugemacht wird, kann das Pedal losgelassen werden. So hat man früher oder ja, als es noch keine Entlüftungsgeräte gab, die Bremsen entlüftet. Und ja, wie gesagt, das werde ich jetzt noch machen, damit man mit dem Auto wenigstens die paar Meter noch weiter fahren kann, bis die Ersatzteile kommen. In diesem Sinne, ciao.